es steht so ein Drecksusama bin Laden vor mir oh mein Gott er lebt doch noch ich wusste es so Suppe Kräften hat jemand Eimer oder Eisen oder so ich muss Wasser aufheben Abjahr und Eisen aber oder nach nee lass mal stecken ich hab selbst Eisen ach du scheiße jetzt wird sich von einem Skelett verfolgt wie flog sie dann ob sie die haben braucht man ja ein Höllenturm nein lass mich in Ruhe man kann aus Feuer Rüstung machen ja aber es geht nur mit Hex ja deswegen wundere ich mich gerade Moment 15 ich brauche 18 Blöcke glaube ich na super man braucht den anderen Spielsatz zu stehen diese Decksfücher vor dem Fenster ey das ist ja ekelhaft soll er nicht mal schlafen gehen oder so nö so denn nichts wir haben nur diesen roten Pilze da so aber den anderen Pilze haben wir nicht hm den anderen Pilze findet man glaube ich auch nur in Höhlen oder so ja aaa jaaa eeeh 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 das scheiße 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 eeeh 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 oh ich habe ihn getötet aber ich habe den zuvor deiner Fresse zu schlagen lol wollen wir mal schlafen gehen irgendwie ja Moment bin gerade in der Hand wie kann nochmal her und außerdem fehlt ein Bett ne der doch um seinen Betten gepackt und herren während dem Video im Keller schlafen die Kinder Kinder der Verbrauch Komplett B Moment nee da auch nö kreisen Mann eeeh 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 ok g eeeh 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 ich habe oder ich habe kohle ich habe kohle ja 54 Stück nicht mehr der Ofen braucht Kohle ja der gibt mir wieder Kohle boah ey Scheiße Tür ey so Flint Obsidian 3 Redstone lagern so Drecksofen hier hast du Kohle ja fuck you du auch gerne doch ja das kann man nicht so er geht doch so Kohle lagern und wieder runter gehen und man bett das und heute Prozent muss man muss noch ein zweites Schwerk machen aufs Eisen diesmal ich fühle mich so arm du bist arm Prozent die Prozent 1 sind schwer Klage mal den Rest im Lager neun Eisen ach du Lager ist das ein Lager als ich jetzt überhaupt nicht gedacht ja mann das ergibt Sinn ne stimmt schon wenn dich schämtlich ja so ab oh jetzt hab ich schon wieder Kohle gefunden Mensch hab ich einen Glück heute los überall Kohle ey das ist ja schon fast ekelhaft warum ekelhaft? ich sag immer ekelhaft warum sagst du ekelhaft? weil ich es kann warum kannst du es? weil ich es kann warum kannst du es und sagst dass es kannst du es nicht kannst du auch meine Autorität infrage zu stellen Prozent es ist ein Abland vielfach Lerl 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 Lachs Schweine die Fleisch geben unendliche Wasserquelle Tieter an damit die Grund warum das mit Lava nicht gilt an der Physik und verschwindet es etwas von mir das empführen ist Prozent erhält er ist er um Verkündung der Händerspacht geträglich bei mir rum man aussteht noch mal zwei Schinken wo er gibt es noch nicht so wie Connected und ja dass man sehen immer noch es geht immer noch nicht haha ich fühle mich jetzt richtig verarscht hallo kann jemand mal anders zu suchen hier tippe ich hier wer will zu mir ich nicht die Welt an PSP nein du bist doch ein nein hier probier mal aus in der Eimer den ich gerade geworfen habe und fülle das da hin ne ich mach gar nix tschüss doch vorn äh blöde nicht äh blöde nicht nicht der nächste ja fülle mal einfach hier rein hier da 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 dort 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 äh blöde nicht jetzt fülle ein schicht schmerz er das ist was damit stein nein lass es man ernsthaft lass doch ja geh doch weg was machst du da ich will eine unendliche Wasserquelle nicht irgend so hallo alter verzieh dich verzieh nirgendwo so angeblich ist das wasser hier weil du kannst es wieder aufnehmen also ist es ein grafikpack moment Prozent aber angeblich Prozent bekomme ich keine Wasserstürmung zu spüren er angeblich bist doch scheiße ja das ist kein angeblich das ist Wahrheit da hast du ja ja ich habe auch wieder meinen Sandstein wieder aus wie vorhin weggeworfen hat man ist jetzt immer merkwürdiger so ein Jahr in Zeit für Geld haben wir noch nicht so ist haupt Naja er kommt wenn es kann ich komme ich komme Kaua jetzt eine unendliche Wasserfälle hier jetzt werden einmal geben nö doch ja das Problem ist nur ich kann dann aber kein Wasser platzieren meiner Meinung nach oder ja gar nicht hey doch das geht wieder weee Moment Gott das ist ja wirklich ziemlich strange was hier abgeht doch Gott das kann man nicht noch mal ja das kann ich hier irgendwie nicht platzieren nur da oh Gott Mann ich fühle mich verarscht Mann du leidest darauf ja boah ey das schlägt irgendwie auch nicht am Server denn wenn ich was abbaue dann bekomme ich auch eigentlich ziemlich sofort das item aber 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 das geht trotzdem um dennoch jetzt wieder da guten tag guten tag ich will das jetzt mal an anderer Stelle zu bauen weil sonst das ist so ekelhaft ach ich will das ich will das aber schon wir wollen das schon nee niemand will das werdet ihr das bloß nicht ein du machst du einfach zu schnell fallen wirst du was ich baue das jetzt einfach bitten im Wasser ich habe mal versuchen es in diesem zu kriegen und ja ich brauche es im Wasser auch Gott Gott Griefer hat nein nein r r r r r r r r niemals r das mache ich dir selbst erklären muss wer bist du ich bin nie niemand warum redest du dann weil das alles kann hat jemand sagen ja denn warum kannst das hat jemand sonst ne nicht mehr na ja egal ich brauchst auch irgendwie nicht mehr truhe was schaffst du hier vorzubauen Fragezeichen ähm Captain in Form muss er immer sein ich bin und wen hast du das jetzt und Prozent waren brauchen wir eine Kaktienfarm Prozent weil Kaktien tollen nein doch doch der Kuri doch die tun nur weh ja aber die sind bringt alle Menschen gebrauchen doch nicht weg doch nicht wenn ich sage doch dann meine ich doch und das war doch auch er wenn ihr nicht sagt dann meine ich auch nicht nie verdammt echte respektive unsere Autorität gehört Prozent und jetzt sind keine Eltern nun nur ein wie konnte das so passiert naja ich mich auch über die Gäste erst gern aber mein Kaktus ist kaputt gegangen Loll vorgefertigtes Obsidian wie geil ja äh äh ja 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 hä 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 verstehe ich nicht hä 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 hier da und dort hier noch ein bisschen Geld da dort und hier kann man kann man mit einer Goldspitzhack ähm kann man mit einer Goldspitzhack okay die Obsidian aber abglauben werden haben glaube ich nicht das ist ja fehlert die Böhm und eine neue Diamante Schmerzsacke entweder ganz schlecht sein soll und überhaupt nichts bringt ich bin er ist ja nicht alle aber sonst nicht mehr sie ist verdammt schnell aber sonst nicht mehr die geht uns ziemlich schnell kaputt und so ja oder das beides jetzt muss das eigentlich gut klappen wenn ich nicht völlig blöd bin ach stimmt ich bin ja völlig blöd ja die Tümpel he he so 7 Obsidian habe ich schon und wie viel braucht man äh 18 na viel Spaß also 525 glaube also aber in der Multiplayer Welt dann bleiben die Alters nicht für immer oder doch 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 cool weil wie meinst du das ne ich glaub nicht hä naja ich meine wenn die erstmal drogen äh verschwinden die nach 5 Minuten oder ne ne das die verschwinden aber nicht so schnell ok ne ich nach 5 Minuten vielleicht nach ne Stunde oder so ne 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 die bleiben ca 15 Minuten glaube ich ok es wird schon wieder dunkel ja Moment hab mein Bett dabei ne da unten ist noch mehr Schinken oder Fleisch ich könnte für Schinken gebrauchen ich auch ich habe eineinhalb Herzen ich habe 5 6 ich habe fast voll Arsch ich habe voll das nenne ich asozial wenn ja nicht für die Gemeinschaft vorsorgend wir sind doch eine WG nein ich sterbe nein nur weil ich das gesagt hab nein nein ja ich kann halt so schlimm ist unsere WG nun auch nicht eine Diamantspitzhacke 50 Kohle all